Die folgende Übung ist square. Ihr müsst mit eurem Bein, mit einem Bein, einmal mit dem Ball ums Hütchen rum, dieses in 30 Sekunden so oft wie möglich wiederholen. Und Kilian beginnt. Los geht's! So, die letzten 10 Sekunden. Sehr gut! Als nächstes machen wir ein Achter-Square. Und Kilian macht es euch vor. Fertig. Ab 15 Sekunden den Ball rechts und links wechselseitig um die Hütchen führen. Okay, super! Blau! Bei dieser Übung spielt Joshua Kilian den Ball zu. Und nach Rufen einer Farbe muss er sich zu diesem Hütchen bewegen, einmal rumdribbeln und wieder zurückpassen. Blau-Orange! Rot! Gelb! Ja, reicht auch! Reicht! Die kann doch nicht mehr! So, das war's von uns für diese Woche erstmal. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns die Videos schickt. Die besten Videos kommen ins Endvideo. Wir hoffen natürlich auch, dass ihr es besser bekommt als Kilian, nicht die eine oder andere Übung. Und ja, wir freuen uns schon auf nächste Woche. In der nächsten Woche kommen die neuen Videos. Okay, wir sagen Tschüss, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss! Tschüss!